In der Nähe der italienischen Stadt Aula ist am Mittwoch eine Brücke eingestürzt. Sie war Teil einer vielbefahrenen Straße zwischen Genua und Florenz im Norden der Toskana. Durch die Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus waren aber nur wenige Autos unterwegs. Daher seien laut einem Sprecher der Feuerwehr nur zwei Autos von dem Einsturz betroffen gewesen. Die beiden Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsturz der rund 260 Meter langen Brücke brachte den Verkehr auf der gesamten Strecke zum Erliegen. Noch ist nicht bekannt, wie es zu dem Einsturz kam. Die Bilder erinnern an das Unglück von Genua im Jahr 2018, als ein vom Industriekonzern Atlantia betriebenes Viadukt zusammenbrach und 43 Menschen ums Leben kam.